Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe die Nummer 16 von meinem Projekt 100, so es sind 84 leften. Ich bin wirklich glücklich für diese, denn ich freue mich sehr. Ich werde die Linken zu Projekt 100 und die Linken zu Off the Grid und die Subscribe-Button ist in der Bubble, unter mir. Ich hoffe, dass Sie bald wiedersehen. Und Bye!